Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich bin der Puppenspieler. Voran auf, das Spiel beginnt. Warms im Schnee. Mehr müssen wir nicht sagen. Walking in the Winter on the Land. Mal gucken, wie diesmal als erstes stirbt. Ich nicht. Nick. Also ich wäre auch für Nick. Ja, da würde ich nochmal nachschließen. Genau. Damit er auch wirklich unten ankommt. Ja. Damit er auch wirklich tot ist. Also so richtig tot. So, so toter als tot. Im Ernst? Oh, typisch Gerd. Wieso typisch Gerd? Was kann ich für eure Inkompetenz? Ja, also komm, das hat doch nichts mit Inkompetenz zu tun. Just drop it in. Ich wollte keinen Schaden machen. Ach jo. Das könnte interessant werden. Machst du Feuerwehr für uns? Oh ne, machst du nicht. Nee, da war eine Kiste. Was hast du erwartet? Das tut mir zwar jetzt auch weh. Ähm. Hä? Wann? Warum? Man muss ihn nicht verstehen. Nee. Wieso, was hätte ich denn sonst machen sollen? Klampfhaust? Scheiße, ja. Alter, ey. Ah, ja, natürlich. Nice one. Ah, best of less grüßt. Ich wollte gerade sagen, hallo best of. Brain AFK. Aber nur ganz unwesentlich. Hast du denn jetzt ein Mikrofon, Gerd? Ja, jetzt habe ich ein Mikrofon. Keine Ahnung, warum der das rausgeladen hat. Ich muss es in den Einstellungen wieder neu einstellen. Du bist zu weit geflogen, Mario. Musste ich gestern auch. Oh Mann. Ist immer noch schade, dass es hier kein Wasser gibt. Das ist richtig. Es könnte so einfach sein, ne? Mhm. Oh. Warum ist mit ihm die einfach ein Downgrade zu Clan Wasp? Was hätte ich denn sonst nehmen sollen, weißt du? Ja, wir haben es ja jetzt ausführlich besprochen. Hä? Warum? Geht schon. Nicht nett? Ich schränke mal euren Bewegungsradius ein wenig ein. Da hinten ist aber auch die absolute Todesecke da rechts. Ja. Geschwitzt, Miene, Fahrzeug, Miene, Fass. Mist. Hm. Da hinten geht's. hatte flammen faust das hast gedacht dass es die erst in der 20 runde gibt oder so wir spielen aber auch noch nicht so lange vor nein absolute news anfänger das war für meine neue let's play reihe wie man sie nicht macht achte stehen da nicht eigentlich alle deine folgen für ja sicher ist sicher es war der ehren salut so jetzt müssen wir nicht noch dezimieren das aber nicht findest du irgendwie schon ja ja irgendeiner muss ja versuchen zu verhindern dass du schon wieder gewinnst ich habe doch erst einmal ja eben drum ich weiß nicht logisches denken ist bei sich drin warum du bist auch untergefallen ja und wo ich zuhint erst die einstellung die ich ja war mal ja naja naja was soll das denn jetzt sie noch jetzt aber nicht nicht ist sie noch unsicher was er da jetzt mal so genau richtig und dann überlebe ich oh man we are onrecht Ja, super. Ja, doch. Ah, ne. Wenn ihr jetzt Mayo getroffen hättest, wäre schon lustig gewesen. Tja. Ah. No. Was soll ich jetzt mit dir? Keine Ahnung. Na, du wild. Ja. Eigentlich kann man nicht auch direkt schenken. Ja. NUM 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 Ich fahr mal nach links, da ist so eine krummige Fahrzeugmine. Oh Gott. Danke Gerd fürs auffangen. Shit. Ich dachte, die fliegen weiter. Ah, das ist kacke. Oh, oh, oh. Oh, schade. Ich hätte dir das jetzt so gegönnt. Bleib mal. Ne, ich hätte es ihm wirklich gegönnt. Lügner. Ne, ausnahmsweise mal nicht. Ähm. Ja. So. Er ist, äh, tot. Hat besser funktioniert, als ich jetzt selber erwartet hätte. Ja. Ach ja. Lalalalalala. Oh, der Grüne hat ja auch eine Flammenfaus. Du musst dich da aber auch mit mir. Sehr schön. Was will ich denn da oben? Ja, nix. Du gehst runter. Scheiße, ich hätte es gefreut, wenn ich jetzt da oben gelandet wäre. Ach, mit eins. Willst du mich verarschen? Jetzt geht das schon wieder los, die Scheiße da mit dir, ey. Schade. Schade. Ha, ha, ha! Ach, ha, ha! Heaven is so! 100% schief Ne, die beiden da unten habe ich schon Bleib doch hier Gerl Ich probiere es Oh mein Gott Ich hab gerade nur einen zweiten OMG Schlag gekriegt Natürlich Der Meier hat ja das Armageddon gekriegt Könnte jetzt gewonnen haben Ne, wobei der 24er steht Mit dem habe ich jetzt so gar nicht gerechnet Könntest du jetzt bitte die Runde beenden Der muss denn schon wieder Ja, das ist mir in dem Hinsicht egal Das ist ihm jetzt in der Hinsicht Die Kinn legende Nane dahin und gut ist Die sind so gut dran in der Hinsicht gar nicht Ja, das ist mir in der Hinsicht gar nicht Ja, das ist mir in der Hinsicht gar nicht Etwa so, Gerd Ja, danke Die kürzeste Worms-WMD-Folge Neun Minuten Ach nee, stimmt, 18 Ja, in diesem Sinne Bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss Tschüss